8.20 Uhr, der 15.03.2019. Habe ich euch schon gesagt, dass ich die Polizei um 8 Uhr angekommen habe? Aber die fühlt sich für sowas nicht verantwortlich. Die sagt, ich soll zum Ayuntamiento gehen. Komisch, wa? Ich wünsche euch nur, dass ihr nicht auch solche Probleme habt. Und die Polizei soll euch sagen, geht zum Ayuntamiento mit Messer im Bauch, Verkehrsunfall. Oder was weiß ich, wenn eure Nachbarn irgendwie euch erschießen wollen. Dass es nicht heißt, macht erstmal eine Anzeige, bevor wir helfen.